Nach dem Tätigen einer Suche erscheint eine allgemeine Suchergebnisseite. Diese kann speziell nachgefiltert werden, denn nicht jeder Kunde nutzt schlicht andere Worte oder weitere Suggests oder scrollt bis in die Unendlichkeit. Natürlich muss man hier sagen, dass die Nutzung dieser Filter am Desktop deutlich einfacher gestaltet ist als am Handy. Doch es gibt immer wieder Betas, wo man sieht, dass diese Filter eine höhere Gewichtung erhalten. Zum Beispiel werden sie in Amazon.com mittlerweile teilweise im Bereich Beauty über die Suche gesetzt. Dort kann man sich direkt seinen Haar- oder Hauttyp aussuchen und dann spezifische Produkte angezeigt bekommen. Ansonsten sind die Filter auf der linken Seite immer nach gewissen Grundschemen aufgebaut. Diese werden gefüttert anhand der Suchergebnisse, die vorliegen. So basiert zum Beispiel die Auswahl an Kategorien genau auf der Auswahl an Produkten und in welchen Kategorien diese sind. Weiterführend sind je nach Kategorie technische Filter, produktspezifische Filter oder andere vielfältige Filter zu finden. Insgesamt sieht man dies hier sehr gut. Nach verschiedenen Kategorien einfach mal aufgetröselt. Oben ist zumeist ein Versandartfilter. Dem folgt die Kategorie, die Rezensionen, die Marken, Angebote, Abo-Optionen und dann wird es sehr spezifisch. Ringgrößen, Schmuck, Metall, Schmuckstein, Schmuck nach Anlass, Ring, Design, Zielgruppen. Und zum Schluss steht nahezu immer der Amazon Global Store Internationaler Versand. Dies sind alles im Backend pflegbare Datenbereiche. Anders sieht es in einem technischen Segment wie LED aus. Mehr als 300.000 Ergebnisse sind in über 14 verschiedenen Hauptkategorien zu finden. Wer will, kann sich das noch spezifischer anzeigen in den Unterkategorien. Wieder Bewertung Marke. Wobei hier die Markenhäufigkeitsnennung dazu führen, dass hier Marken überhaupt angezeigt werden. Darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Hier kommen dann die verschiedenen Fassungstypen. Und das ist keine reine Wertigkeit, sondern einfach nur eine Mengensortierung absteigend in den meisten Fällen. Hier sehen wir natürlich, dass es einem Korridor fällt, der aufsteigend ist und vieles, vieles mehr. Hier jetzt nochmal, was passiert, wenn man eine Marke klickt. Das finde ich persönlich immer ganz interessant für Leute, die in der Analyse unterwegs sind. Denn man sieht so direkt, wer wie viele Produkte unter dieser Suchabfrage sichtbar hat. Das ist tatsächlich hochgradig interessant für Analysen. Und ihr seht auch einfach mal, wie viele verschiedene Marken es doch gibt. Wenn man nicht nur auf die Top-Marken klickt, sondern tatsächlich auf die Buchstaben. Im technischen Bereich, ihr seht, das Schema ist grundsätzlich gleich. Doch dann im Speziellen kommen auch Filter wie Stichwörter, Wattdrehmoment und vieles mehr. Das werden wir uns dann aber im Rahmen der Artikelpflege auch noch einmal ansehen, wo man das nutzen kann. Was passiert am Ende des Tages bei der Nutzung? Nun, die angezeigten Suchergebnisse werden immer mehr eingeschränkt. Und gleichzeitig wird zur passenden Kategorie hier oben der Filter an die Unterkategorie angepasst. Mit den verschiedenen Filtermöglichkeiten, was zum Beispiel die Produkte beinhalten sollen, wie ein Ladegerät, kann der Kunde sich viel spezifischer seiner Produktauswahl stellen und hat nur noch 206 Ergebnisse. Und wenn er natürlich noch einen Preisfokus hat, sind es nur noch 67. Und wenn er wirklich richtig Ahnung hat von den Produkten oder anderen Themen, kann er das sehr, sehr weit runterfiltern. Und könnte am Ende sogar sagen, es soll auf jeden Fall dann von Amazon Lieferungen und Versand sein, 6 Ergebnisse. Und das ist nicht mehr allzu viel, was dann übrig bleibt. Damit gehen wir über in den nächsten spannenden Bereich.